So, wir spielen jetzt nämlich die Worms. Ja, wir spielen jetzt Worms. Das habe ich soeben entschieden. Nein, geplant ist, dass ich jetzt... Hallo? Ja, alle sind da. Na ja, nicht alle, aber viele sind da. Das freut mich schon mal. Näher als ich jetzt erwartet habe, so kurzfristig. Ähm... Genau, geplant ist, dass ich jetzt mit Mass Effect 2 anfange. Mit dem Let's Play. Ich habe schon... Leute, ich muss jetzt mal gucken. Wann habe ich mein letztes Let's Play Video hochgeladen? Hochgeladen wohl, bemerkt so, ne? Also, nicht aufgenommen, sondern hochgeladen. Ich gucke gerade mal. Das war nämlich Mirror's Edge. Und das war auch ein Livestream-Projekt. Und das war... Ja, wo war denn? Das war vor drei Monaten. Das war vor verdammten drei Monaten. Am dritten, fünften. Jetzt haben wir den zweiten, achten. Das sind drei Monate, ja. Das kommt hin. Also, seit drei Monaten keine Let's Play Videos mehr von mir. Das geht gar nicht klar. Ja. Der Stream ist doch eine Woche schon angekündigt. Nee, heute habe ich das Video hochgeladen. Heute habe ich das Video hochgeladen. Drei Monate ist es her. Ähm... Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz gucken. Das erste richtige Let's Play. Das war ja nur ein Livestream-Projekt. Genauso wie Amnesia. Äh, was war denn mein letztes richtiges Let's Play Video? Also, wirklich Let's Play, nicht Livestream, gar nichts. Ähm... Ähm... Das war sicher nicht Assassin's Creed Revelation. Ähm... Sechzehnter, dritter. Das ist schon fast fünf Monate her. Das letzte richtige Let's Play. Alter. Und das letzte Livestream-Let's Play ist drei Monate her. Also, ihr seht, ich hatte eine relativ lange Pause. Ähm... Und der Lehmann hat mich natürlich auch schon, als der hier, hier... Er war der Erste, der hier war. Er hat einfach gekämmt. Und hat dann im Chat schon so gefragt. Ja, was war denn los? Wieso kam denn so lange nichts? Hast du vielleicht eine Ausbildung angefangen? Nein, ich hab immer noch Schule gehabt. Bis Dienstag. Also, vor fünf Tagen bin ich das letzte Mal in die Schule. Und dann hab ich jetzt Ferien. Bin aber sofort, äh, zu einem Kumpel und einer guten Freundin gefahren. Und hab dort ein paar Tage in Essen verbracht. Ähm... Und bin gestern... Abend, Nacht... Ja, gestern so um 8 Uhr, 9... Nee, gar nicht. 9 Uhr, halb 10... Irgendwie so bin ich heimgekommen. Nach sechs Stunden Zugfahrt. Da war ich auch kaputt. Und, ähm... Ja, ich... Hab sehr lange nichts gemacht. Einmal wegen der Schule und zum anderen aus privater, äh... Verzweiflung. Ja, ich... Ich hab da ein bisschen Probleme gehabt. Und hab da versucht, mein Leben irgendwie zu regeln. Hab aber gemerkt, dass ich's anders regeln muss, als ich's vorhatte. Ähm... Und ja, bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, ich werd wieder mehr Zeit in die Let's Plays reinstecken. Das liegt mir, glaub ich, ich hab da sehr viel Spaß dran, ja. Und, ähm... Mal ganz unter uns. Frauen sind echt schwierig, also... Ich bleib bei den Let's Plays vorerst. Ähm... Mehr hab ich auch gar nicht dazu zu sagen. Ähm... Genau. Und ich bin kein Faulpelz. Wie so... Äh, nee. Ich bin froh, wenn Tomb Raider 2 kein Livestream ist. Denn... Dieses... Diese... Ver... Verpassen von Stream. Achso, ja, genau. Äh, nee. Tomb Raider 2 kann ich auch gar nicht streamen. Das hatte ich zuerst vor. Aber es geht nicht. Das... Lässt sich irgendwie nicht streamen. Ich hab keine Ahnung, warum. Aber ja. Genau. Mass Effect 2. Das ist jetzt geplant. Und, äh... Hier... Die Sache mit den Frauen, ja. Wenn man 18 ist, da wird das schon interessant. Aber ich... Ich lass es erstmal. Komm. Leute, ich... 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 Ich hab davon erstmal genug. Und, genau. Jetzt würde ich sagen, mach ich auch gar nicht lange weiter hier irgendwie so faxen und rede über private Sachen. Jetzt hab ich alles irgendwie geschlossen. Das ist sehr gut. Und was ist mit dem Lied? Okay, das Lied ist einfach auch ausgegangen. Was denkt sie jetzt so? Nee. Kein Bock mehr. Dann würde ich sagen, starten wir mit Mass Effect 2. Byeee. 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 Vielen Dank.